Lass uns einen Preis verhandeln. Und soll ich dir mal was sagen? Du bist immer noch ein Nerd. Ich hatte schon immer was gegen Chiarida. Das sind die fiesen Mädchen wie du, die uns anderen immer die Highschool vermiest haben. Was redest du da für ein Mist? Verdammt! Do the Man! Hey, was machst du da? Drake! Hey, ganz ruhig. Sekunde, Sekunde. Du hast mich eingeschlossen, um meinen Freund Dobermann zu erschießen. Ich finde dich eigentlich gar nicht so toll, Niki. Die haben mich nur für eine Leiche bezahlt. Also geh mir aus dem Weg. Also gut, warte nur drei Sekunden. Warum sollte ich das tun? Drake! Deswegen. Catering. Was für ein Job. Drake! Hä? Ich weiß nicht wieso, aber du hast mir gerade das Leben gerettet. Du kannst mich Dobermann nennen, so oft du willst. Ja, okay. Ist ja gut, ist ja gut. Du.